Hallo und herzlich willkommen bei Stempelrausch. Mein Name ist Michelle Vogel und ich bin eine unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne den Stempel Magic vorstellen. Der Stempel Magic besteht aus einer dickeren Folie, die ist viereckig und es gibt da noch einen Winkel dazu, der auf der Unterseite gummiert ist, dass das nicht wegrutschen kann und er ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Warum der Stempel Magic für mich so unheimlich wichtig ist, möchte ich dir heute an verschiedenen Beispielen zeigen und er ist aus meinem Bastelzimmer einfach nicht mehr wegzudenken. Er ist für mich das wichtigste Hilfsmittel, gerade beim sauberen bzw. gerade stempeln oder präzise stempeln. Als erstes zeige ich dir die Two-Step-Stempel-Möglichkeit, wobei der ein wichtiges Hilfsmittel ist. Ich nehme ein Stück Farbkarton, ein Stempelkissen in zartrosa, nehme hier aus dem Stempelset Papillon-Pourpourri, ein Hintergrundstempel, also der ist vollflächig, hat da jetzt kein Muster drauf, das Muster möchte ich da gleich raufstempeln. Also, ich kann jetzt mit oder ohne den Winkel stempeln, also ich mache es jetzt erstmal ohne. So, dann kommt er weg und nehme jetzt das Stempelkissen in flauenblau und möchte die kleinen Blümchen darauf gestempelt haben. Wenn ich das jetzt ohne den Stempel-Magic stempeln würde, würde ich das jetzt nicht so präzise hinbekommen. Ich mache das jetzt mal ohne, um das zu zeigen. Das ist jetzt so ein bisschen Augenmaß. Das kann dabei passieren. Ich möchte das gar nicht so haben. Ich zeige das jetzt nochmal neu. Mal rosa stempeln und nehme jetzt die Folie, lege diese Folie genau in den Winkel an, halte diese Folie mit meinem Daumen fest, färbe den Stempel ein und setze den Acrylblock, oder wenn du einen Holzstempel hast, kannst du auch den Holzstempel nehmen, den Acrylblock setze ich dann genau in den Winkel rein und lasse den Acrylblock nach unten aufsetzen. So habe ich jetzt meinen Abdruck und kann genau sehen, wo ich den hinhaben möchte. Hier lege ich dann jetzt die Folie direkt auf das Motiv, wo ich das hinhaben möchte, nehme wieder den Winkel, lege das genau in die Ecke der Folie an, nehme nun die Folie weg, färbe den Stempel neu ein und gehe dann auch wieder mit dem Acrylblock, mit der Ecke genau in den Winkel rein und setze meinen Stempelabdruck und habe genau da den Stempelabdruck, wo ich ihn hinhaben möchte. Das ist die Two-Step-Stempelvariante. Als nächstes zeige ich dir, wie man Schriftzüge gerade stempelt. Und das ist für mich unwahrscheinlich wichtig, wenn ich Karten mache und für mich gibt es eigentlich fast nichts Ärgerlicheres, wenn der Spruch schief aufgestempelt ist. Deswegen auch hier den Stempel Magic, den Winkel oder die Folie in den Winkel rein und den Stempel einfärben. Winkel festhalten, den Acrylblock hier in die Ecke rein, in den Winkel rein, runterdrücken, da habe ich jetzt meinen Aufdruck und nehme jetzt das, was ich bestempeln möchte. Viele Sachen klebe ich jetzt vorher noch nicht auf, sondern erst, wenn der Stempelabdruck drauf ist. Wenn ich mich verstempelt haben sollte, kann ich dann die Sachen, also den Hintergrund vielleicht nochmal neu machen oder die Rückseite nochmal neu bestempeln und das dann letztendlich aufkleben. Aber ich platziere das schon mal so hin, dass ich ungefähr weiß, wo ich den Spruch hinhaben möchte. Entweder ganz unten oder weiter rechts. Ich finde das hier jetzt ganz nett. So. Jetzt möchte ich den Spruch dahin haben. Lege auch wieder den Winkel hier in die Folie an, nehme die Folie weg, färbe den Stempel nochmal neu ein, wenn das entsprechend ausreichend Stempelfarbe vorhanden ist und setze den Abdruck. Wenn mir der Abdruck zu hell ist, manchmal kann es sein, dass man nicht richtig trifft, dann färbe ich dann halt nochmal ein und gehe nochmal genau hier in die Ecke rein, wie eben. Und in der Zeit verändere ich nicht die Position. Also ich lasse die Finger auf dem Winkel drauf, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. So. Jetzt ist da noch ein bisschen saftiger der Abdruck. Jetzt kann ich den Winkel wegnehmen und meine Karte wie gewünscht dekorieren. dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Stempelmagic in verschiedenen Farben zu stempeln. Den mache ich mal kurz sauber. und zwar ist das jetzt ein Stempel, da steht drauf Du bist toll, das ist aus dem Stempelset reinweise Grüße und ich kann auch ja mit den Markern einfärben mit den Stempel-Ride-Markern nehmen jetzt einfach die von eben wenn ich das jetzt auf der Rückseite bestempeln möchte. Also als erstes würde ich was ist das hier für eine Farbe? Das ist Türkis So, jetzt mache ich den nochmal sauber. Das ist das Säuberungskissen hat eine Seite mit Regentropfen das ist dann für die nasse Seite oder feuchte Seite und eine Sonne für die trockene Seite also damit säuber ich dann den Stempel damit er wieder für neue Farben einsetzbar ist. Nach jedem Stempel solltest du deine Stempel auch säubern. Es wäre mich total ärgerlich wenn du erst dunkelstempelst zum Beispiel hier ein Espresso und dann mit dem mit dem Stempel in die Osterglocke reingehst dann ist das Stempelkissen anschließend versaut und das kann man sich ersparen indem man immer gleich nach dem Stempel den Stempel auch wieder reinigt. jetzt würde ich gerne den Abdruck hier hin haben wollen legt da schon mal den Winkel an und färbe als erstes das Wort Du ein man kann jetzt alle Farben hintereinander wegmalen also jetzt Türkis dann habe ich hier Bermuda Blau und die dritte Farbe ist Jeans Blau eben hatte ich noch eine andere ist egal ich nehme jetzt Jeans Blau so hauche den Stempel noch einmal an damit das gleichmäßig feucht ist und habe jetzt hier den Abdruck wenn mir das zu dunkel sein sollte oder nicht zu dunkel sondern zu hell sein sollte gehe ich dann einfach nochmal nach färbe hier nochmal mit dem Marker nach kann man auch die Wörter einzeln nachstempeln jetzt auch schon ein bisschen kräftiger lasse den Winkel auch so liegen also man kann ups Moment nochmal so und nochmal neu anmalen und habe jetzt hier drei verschiedene Farben das wäre diese Variante was ich dir gleich noch zeigen möchte ist die sogenannte Abdecktechnik oder Maskiertechnik das zeige ich dir gleich so nun komme ich zu der Abdecktechnik und zwar gibt es ein Stempelset das nennt sich das Fenster oder Fenster zum Glück da ist dieser Stempel danke du bist ein Schatz den habe ich zweifarbig gestempelt um einen richtig schönen satten Abdruck zu bekommen habe ich ein oder arbeite ich mit den Haftnotizzetteln ich habe da schon mal ein Stückchen vorgeschnitten nehme jetzt hier auch wieder den Stempel färbe den ein Stempel auf die Folie lege die Folie dahin wo ich den Stempel Abdruck gerne hin haben möchte so Quatsch Moment muss ich auch mal gucken wo hier ungefähr wo kommt das hin das will ich jetzt also du bist ein wird jetzt abgedeckt und wenn mir der Abdruck hier oben ist er ziemlich hell färbe ich einfach nochmal ein und stempel nochmal nach jetzt decke ich das untere ab man sollte natürlich bei dunklen Farben darauf achten dass man das vielleicht ein bisschen trocknen lässt oder nicht so rüber wischen hier ist jetzt ein bisschen abgefärbt dafür gibt es leider keinen radierer so wie das klebemittel da gibt es ja einen klebemittel radierer aber für stempel farbe leider noch nicht jetzt gucke ich dass es genau drüber liegt lege das hier wieder so an also entferne das mittlere mache mal eben den stempel sauber und das war ozeanblau und für die mitte möchte ich gerne safrangelb haben und kurz gucken die striche sind mir zu blass unten jetzt färbe ich nochmal neu ein und stempel nochmal jetzt gefällt mir das und kann das andere abnehmen und so kann ich halt zweifarbig stempeln man könnte das auch mit den markern einfärben mit dieser variante ist der stempel abdruck noch saftiger und kräftiger die karten rückseiten kannst du auch bestempeln einmal dass du zeigen kannst dass du die wirklich handgearbeitet hast oder wenn du die karten verkaufen möchtest dann müssen die projekte dementsprechend urheber rechtlich versehen werden da in dem set sind zwei stempel mit stempel ab einmal ein kleineres und ein größeres mit dem copyright zeichen also wenn du die karten damit versiehst dann ist das verkaufen kein problem das würde ich jetzt also das ist so im katalog nicht enthalten auf meiner seite auf www stempel raus auf der rechten seite siehst du die pdf datei da kannst du dir das nochmal genauer ansehen also ich finde da sind ganz tolle stempel drin ob man da auch mit Liebe gebacken äh gebacken mit Liebe wenn man viel in der Küche werkelt und ein paar Kekse oder sonstige leckereien hübsch verpackt und das dann auf einem Farbkarton stempelt und im Kreis ausstand und als Anhänger ran machst sowas ist immer eine willkommene kleine Geschenkidee so ich nehme jetzt einmal das stem it up den und hand gefertigt auch hier möchte ich wie gesagt gerade stempeln und mache das hier auf die rückseite gucke dass es dann mittig ist hier einmal den abdruck und der stempel also ich kann die folie auch übrigens weiter drehen so dass ich alle vier ecken verwenden kann und setzt den darunter und wenn dieses stem it up zeichen mit dem copyright zeichen drauf ist dann ist das verkaufen der karten kein problem so bist du urheber rechtlich geschützt und dann kann dich keiner anschwärzen also der stempel positionierer der stempel magic ist ein unwahrscheinlich tolles hilfsmittel um gerade zu stempeln und richtig schön satt zu stempeln hier mache ich das auch nochmal eben drauf gucke ich dass es dann hier oben mittig ist zum Beispiel wenn man jetzt vergessen würde nochmal neu abzustempeln ist es doch relativ hell färbe ich nochmal neu ein setze nochmal den Abdruck drauf und habe dann einen schönen satten Aufdruck ebenso ein paar eine Weinflasche mit zwei Gläsern aus dem Stempel Set nette Etiketten die kommen da drunter und habe nochmal eine ganz schnelle Karte wenn man irgendwo eingeladen ist Flasche Wein dazu wunderbar also nochmal eine kleine Zusammenfassung für mich ist es halt wichtig und toll dass ich gerade stempeln kann die gewünschte Position kann ich mir entsprechend damit aussuchen mit dem Stempel Magic die Two-Step Stempel Möglichkeit das ist das hier gewesen mit dem Schmetterling dass man da genau auf das andere Motiv dann stempeln kann und wie gesagt wenn mir der Abdruck zu schwach ist kann ich nochmal nachsetzen und ich kann ja in verschiedenen Farben stempeln entweder hier mit dieser Maskiertechnik oder mit den Markern dass man das entsprechend einfärben kann und das ist halt toll dass das für Links und Rechts Händer geeignet ist ich hoffe da waren ein paar geeignete Tipps für dich dabei die du vielleicht umsetzen möchtest und würde mich freuen wenn du mir wieder einen Daumen nach oben hinterlässt Kommentare darfst du auch gerne hinterlassen und würde mich freuen wenn du mich das nächste Mal wieder besuchst auf dem Kanal Stempelrausch oder auf meinem Blog auf www.stempelrausch.de Vielen Dank und bis bald Tschüss